Grüße, der Markus, der Panzerknacker. Ja, ich weiß nicht, ob du mich kennst oder nicht kennst, ob du mich vielleicht kennenlernen willst oder noch nicht, ist alles egal, macht gar nichts. Wichtig ist nur die Frage, willst du Speaker werden? Die Gründe dafür wirst du selber kennen, wenn ja, mach es nicht ohne Hilfe, du kannst natürlich wie vieles, kannst dich auch allein in ein Auto setzen, gegen einen Baum fahren, sagen, war scheiße, ich hole mir das nächste Auto. Kann man machen, ist zwar illegal, auf einen Privatparkplatz geht es, aber es ist wie immer, einen Beruf hast du ja auch gelernt. Du weißt ja nicht von dir aus, wie du ein Brot backst, du weißt nicht, wie du ein Auto fährst, du weißt eben auch nicht, auf was es ankommt, wenn du auf die Bühne gehst. Ich habe das gemacht, ich habe mir die Hilfe hier geholt, das geht noch viel, viel weiter, wir werden noch zweimal zwei Tage uns treffen, wir werden das tun. Und wenn du wissen willst, was dabei rausgekommen ist, dann komm auf die Speaker Groups, komm irgendwo hin, wo ich auftrete, wo ich das mache und da siehst du das Ergebnis, das Ernst Grammeri fabriziert hat. Er ist schuld, wenn ich nicht gut bin, aber ich bin gut und du wirst wissen warum. Ciao, dein Markus.